Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yamfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zitna ilma. Rabbish rahli sadri wa yassiru li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahum qawli thumma amma ba'd. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, ich herzlich willkommen zu unserem heutigen Donnerstagsunterricht, wo wir, insha'Allah, mit der Hilfe Allahs eine neue Surah beginnen wollen, und zwar die Surah Nummer 60. Die Surah Nummer 60. Surah al-Mumtahana oder Surah al-Mumtahina. Surah al-Mumtahana oder Surah al-Mumtahina. Und wie üblich werden wir mit einer Einführung zur Surah beginnen. Das heißt, wir werden uns erstmal anschauen, was ist der historische Hintergrund dieser Surah, warum wurde die Surah überhaupt offenbart. Was ist eigentlich das Thema? Gibt es mehrere Themen oder gibt es ein Hauptthema dieser Surah? Ist es mechanisch, ist es medinensisch? All diese Fragen werden wir zunächst einmal klären und dann auf die ersten Ayat heute eingehen. Wir werden die Surah wieder in zwei oder drei Teile unterteilen. Gucken wir mal, wie weit die wir kommen, insha'Allah. Damit wir auch wirklich die nötigen Lehren aus dieser Surah ziehen können und auch etwas dazu lernen. Zunächst ist einmal der Name der Surah. Zunächst ist einmal der Name der Surah. Ich habe gerade zwei Namen erwähnt. Einmal Surah al-Mumtahina und einmal Surah al-Mumtahana. Beide Namen werden überliefert. Und beide Namen sind von der Bedeutung her korrekt und richtig. Es gibt noch eine weitere Surah, bei der das so ist, wo es derselbe Name ist, aber einfach einmal im Präsens, in der Aktivform und einmal in der Passivform. Und das ist Surah al-Mujadala oder Surah al-Mujadila. Das ist die Surah, die nach zwei Surah kommen wird, insha'Allah. Was heißt Surah al-Mumtahina und was heißt Surah al-Mumtahana? Al-Mumtahina und Al-Mumtahana kommt von einem Verb. Und zwar von dem Verb Imtahana. Und jeder, der Arabisch kannt, der auch nur Grundlagen der arabischen Sprache kennt, weiß, was das Wort Imtahana bedeutet. Nämlich Prüfung. Tehan heißt was? Prüfung. Und Imtahana heißt jemanden prüfen. Und dementsprechend, ein Mumtahin oder ein Mumtahan ist jemand, der prüft, also ein Prüfer oder der Geprüfte. Und Mumtahina, Mumtahana ist die weibliche Form von Prüfer oder Geprüft. Also, ein geprüfter, eine geprüfte Frau, dann heißt es Al-Mumtahana. Oder eine Prüfende, dann ist es was? Al-Mumtahina. Wenn ich von Al-Mumtahina, die Prüfende, spreche, wer ist damit gemeint? Wer prüft hier eigentlich? Und wenn ich von Al-Mumtahana spreche, die Geprüfte, wer wird geprüft? Und wenn ich von Al-Mumtahina spreche, die Prüfende, dann spreche ich von der Sura. Im übertragenen Sinne. Sura ist ja im Arabischen weiblich. Das heißt, die Sura, welche herabgekommen ist, um bestimmte Frauen zu prüfen. Worauf sie geprüft werden sollten, das werden wir noch gleich kennenlernen, insha'Allah. Also, was der Grund dieser Prüfung ist, das werden wir gleich noch kennenlernen. Wenn ich von Al-Mumtahina spreche, dann spreche ich von der geprüften Frau. Also die Frau, welche geprüft wird. Damit wir das Rätsel lösen, werde ich gleich erklären, was der historische Hintergrund ist. Damit wir auch verstehen, in welchem Kontext dieses Sura, in welchem historischen Kontext dieses Sura eingebettet ist. Und in welcher Zeit dieses Sura auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, herabgekommen ist. Wir werden ausführlich darauf noch eingehen, wenn wir zu den Ayat kommen, die darüber sprechen. Aber hier schon mal vorweg. Und zwar, diese Sura ist auf jeden Fall nach Surah al-Hudaibiyah offenbart worden. Nach was? Surah al-Hudaibiyah. Also nach dem Abkommen von al-Hudaibiyah. Wahrscheinlich sogar etwas später. Wahrscheinlich sogar etwas später. Und in diesem Abkommen von al-Hudaibiyah wurde etwas ausgehandelt zwischen den Muslimen und zwischen den Muschilikun. Erst einmal, wann war das Abkommen von al-Hudaibiyah gewesen? In welchem Jahr? Nach der Hijra. Hast du dich gemeldet? Achso, ich dachte, es sah so aus, als ob du den Armen oben hattest. Im sechsten Jahr nach der Hijra. Sehr gut. Im sechsten Jahr nach der Hijra. Ich merke, subhanallah, diese immer wieder Ruhlung, die bringt irgendwo mal Früchte, alhamdulillah. Im sechsten Jahr nach der Hijra. Worum ging es dann? Es ging darum, dass der Prophet, salallahu alayhi wa sallam, die Umre vollziehen wollte mit den Sahaben. Und zwar hatte er einen Traum gesehen gehabt, im Schlaf. Und in diesem Traum hat er gesehen, wie er mit seinen Gefährten die Umre vollzieht. Wir müssen natürlich wissen, dass der Prophet, salallahu alayhi wa sallam, nach seiner Hijra nicht mehr Mekka besuchen konnte. Weil er zwischen ihm und den Muschilikun in Mekka, den Politeisten, den Quraysh in Mekka, Krieg bestand. Und dementsprechend konnte er nicht nach Mekka. Und jetzt sah er diesen Traum. Und machte sich dann nach der Grabenschlacht, wo 10.000 Kämpfer von unterschiedlichen Stämmen Medine belagert hatten und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihren Plan zunichte gemacht hat und die Muslime sich jetzt gestärkt fühlten, machte er sich auf den Weg mit über 1.000 Sahabis, circa, glaube ich, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, 1.400 und etwas mehr, auf den Weg nach Mekka, um die Umre zu vollziehen. Und sie hatten die Hiram-Kleinung an, kannte diese beiden Tücher, sodass jeder wusste, ah, sie befinden sich auf dem Weg zu Umre. Und Mekka ist ein Wallfahrtsort gewesen, zu dem jeder pilgern konnte, unabhängig davon, ob er mit dem Quraysh befeindet war oder nicht. Jeder konnte dorthin pilgern. Und die Quraysh, sie mussten versichern, dass jeder, und garantiere, dass jeder, der nach Mekka kommt, auch friedlich und sicher die Umre vollziehen kann und keine Angst haben muss um sein Leben. Deswegen befand sie sich ja was im Bereich des Harams, im geschützten Bezirk. Und der Haram war ein Bezirk gewesen, wo niemand Blut vergießen durfte. Selbst wenn du auf den Mörder deines eigenen Vaters stoßen solltest, dürftest du ihm nichts antun, weil es ein geschützter Bezirk ist. Wir haben gestern im MBS beim Unterricht über Monat Rajab gesprochen. Da ging es ja um den Monat. Aber Mekka an sich ist das ganze Jahr über ein geschützter Bezirk. Dieser Haram-Bereich. Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat sich natürlich darauf gestützt, dass wenn er dort hingeht, um die Umre zu vollziehen, dass ihn niemand davon abhalten wird. Aber es sollte anders kommen. Und zwar die Quraysh, sie haben ihn abgehalten. Sie haben ihn nicht erlaubt, Mekka zu betreten. Und wo haben sie ihn abgehalten? Außerhalb des Harams. Nämlich wo? An einem Ort mit dem Namen Al-Hudaybiyya. Und die Muslime wurden aufgehalten. Und es gab jetzt Verhandlungen zwischen dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam und zwischen dem Quraysh. Und kurz gefasst, ein sehr, sehr langes Thema. Wir fassen das jetzt sehr, sehr kurz und fassen das nur zusammen. Am Ende kam es zu dem bekannten Abkommen von Al-Hudaybiyya. Es ist ein Friedensabkommen gewesen. Was für zehn Jahre festgelegt gewesen war, wo die Quraysh und ihre Partner und Verbündeten und die Muslime und ihre Partner und Verbündeten sich darauf geeinigt hatten, einen Waffenstillstand zu führen. Sich nicht gegenseitig anzugreifen. Und es gab jetzt bestimmte Voraussetzungen, welche die Quraysh gegenüber den Muslimen festgelegt hatten. Die eigentlich eher ungerecht waren. Aber der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er stimmte dem zu, weil er unbedingt dieses Friedensabkommen wollte. Und zwar gehörte zu diesen Voraussetzungen, welche die Quraysh bestimmt hatten und die Muslimen dann auch für die Muslimen vorausgesetzt hatten, damit sie überhaupt bereit sind, diesen Friedensvertrag einzugehen, dass jeder, der von Mekka nach Medine flieht, wieder zurückgewiesen werden muss. Selbst wenn er ein Muslim sein sollte. Aber umgekehrt, wenn jemand von den Muslimen nach Mekka flieht, muss er nicht zurückgewiesen werden. Also eigentlich ein ungerechtes Abkommen. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam stimmte dem jedoch zu. Was stammt jedoch in diesem Abkommen? In diesem Abkommen wurde allgemein von Männern gesprochen. Jetzt gab es jedoch einige Frauen, welche den Islam angenommen haben, aber noch in Mekka lebten und dann mit ihrer Religion nach diesem Abkommen nach Medine fliehen wollten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat daraufhin diese Ayat herabgesandt, deswegen heißt die Surah auch Al-Mumtahina, die Prüfende, weil nämlich Allah subhanahu wa ta'ala von den Muslimen verlangt hat, dass diese Frauen auf ihren Iman hin und die Aufrichtigkeit ihres Imans hin geprüft werden müssen. Sind sie wirklich Gläubige? Oder sind es einfach nur Frauen, die sich beispielsweise gestritten haben mit ihrem Ehemann und keinen Lust mehr hatten und auf ihren Ehemann einen Ehemann auswischen wollten und dann nach Medine geflohen sind? Und je nachdem, ob ihr Glaube aufrichtig war oder nicht, durften sie dann in Medine bleiben beim Propheten Sallallahu alaihi wa sallam oder wurden dann zurückgeschickt von den Muslimen nach Mekka. Und der Koran hat somit aufgezeigt und das bestätigt, was auch in dem Abkommen war und zwar, dass dieses Abkommen sich nur auf wen bezogen hat, nur auf Männer, aber nicht auf Frauen. Das heißt, Frauen waren von diesem Abkommen nicht betroffen. Und dementsprechend hat dann der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam diese Frauen auch in Medine behalten, welche den Iman angenommen haben. Aber sie mussten vorher geprüft werden. Das ist der Hintergrund dieser Surah. Deswegen ist diese Surah was? Surah al-Mumtahina, weil sie nämlich herabgekommen ist, damit die Muslime, diese Frauen, die nach Medine fliehen, aus Mekka prüfen. Oder al-Mumtahina, weil damit die Frauen gemeint sind, welche geprüft werden sollen von den Muslimen. Das ist verständlich, oder? Weil damit die Frauen gemeint sind, welche geprüft werden sollen von den Muslimen. Wir werden inshallah, wenn wir zu diesen Ayat kommen, das ist ein späterer Ayat von dieser Surah, werden wir nochmal genau darauf eingehen, auch wer die ersten Frauen gewesen sind, etc. Wie das dann genau abgelaufen ist, wie sie geprüft werden sollten, und all das werden wir noch besprechen, inshallah. Wenn wir das jetzt als Hintergrundwissen haben, was würdet ihr sagen? Ist diese Surah eine mekanische oder eine medinensische Surah? Nein. Nein, die anderen auch. Das ist eigentlich eine relativ klare Anfrage. Eine medinensische Surah. Weil was war doch mal das unterscheidende Merkmal zwischen einer mekanischen und einer medinensischen Surah? Wann spreche ich von einer mekanischen Surah und wann spreche ich von einer medinensischen Surah? Ich wiederhole das immer wieder, weil wir immer wieder auch neue Geschwister haben und gleichzeitig, ja, ja, In Medina? Was ist denn mit einer Surah, die in Attaif oder die während der Hijra herabgesandt wurde? Was ist das für eine Surah? Ist das wirklich das Unterscheidungsmerkmal? Ja. Ja. Nach der Hijra. Ah. Das Unterscheidungsmerkmal ist ein zeitliches. Und zwar alles, was vor der Hijra offenbart wurde, selbst wenn es nicht in Mekka war, ist was? Ist automatisch eine mekanische Surah. Und alles, was nach der Hijra offenbart wurde, selbst wenn es in Mekka offenbart wurde, ist eine was? Medinensische. Was gibt es denn? Ayat, die in Mekka offenbart wurden. Aber medinensisch sind, also nach der Hijra? Kennt ihr ein Beispiel? Von einer Erie, welche in Mekka offenbart wurde, aber nach der Hijra? Vielleicht dann zum Schluss Mekka nochmal eingenommen haben und dort vielleicht Ayat herabgesandt wurde. Ja, aber nennen wir mal ein Beispiel. Es gibt bekannte Ayat, welche in Mekka herabgesandt wurde, aber nach der Hijra. Ich weiß gar nicht, ob das in Mekka offenbart wurde, dieses Surah. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, das war sogar dann in Medina, aber ich bin mir nicht sicher. Kann aber sein, ich bin mir nicht sicher. Ich sage es schon, ich weiß es nicht genau. Aber es gibt eindeutige Ehe. Das kann aber sein, dass es dann sozusagen in Medina offenbart wurde. Weil Ra wurde teilweise auch in Medina offenbart. Ja, aber Ali ibn Abi Talab sollte das ja dann vorlesen und Abu Bakr ist richtig bei seiner Hajj. Und zwar, heute habe ich euch eure Religion vervollkundet und habe meine Gnade an euch vollendet und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Omar ibn Khattab sagte, ich weiß ganz genau, an welchem Ort und zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag diese Ayat herabgesandt wurde. Und zwar am Tag von Arafa, als der Prophet sallallahu alaihi wassa in Arafa stand. Während er dort stand, hat Allah sallallahu wa ta'ala diese Ayat herabgesandt. Subhanallah. Das ist also eine medinensische Ayat, die aber in Mekke offenbart wurde. Ein weiteres Beispiel. In Surah al-Fatih. Teilweise, teilweise. Aber was eindeutig offenbart wurde, ist beispielsweise, inna allaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha. Wa iza hakemtum bayna al-Nasi an tahkumu bil'atil. Allah befehlt euch, die euch anvertrauten Güter ihren Inhabern zurückzugeben. Und wenn ihr unter den Menschen richtet, das ihr mit Gerechtigkeit richtet, wo wurde diese Ayat herabgesandt? Weißt du immer? An einem ganz besonderen Ort. Das ist die einzige Ayat, die an diesem Ort herabgesandt wurde. Mitten in der Ka'be. Mitten in der Ka'be. In Mekke. Aber nach der Erwärmung von Mekke. Warum? Weil nämlich Ali ibn Abi Talib radiyallahu alaihi wa sallam vorgeschlagen hat. O Gesandte Allahs, lass uns doch den Schlüssel der Ka'be auch bei uns behalten. In unserer Familie. In Ben-Uhashim. Dann haben wir nicht nur sozusagen die Ehre, dass wir die Pilger tränken können, weil das war sozusagen die Ehre der Ben-Uhashim gewesen der Familie des Propheten. Sondern wir haben auch noch was. Sadana tul bayt. Wir sind auch noch verantwortlich was. Für den Schlüssel der Ka'be. Und dann kam Uthman ibn Madzulun. Uthman ibn Madzulun. Und er gehörte dem Stamm am, der verantwortlich war für den Schlüssel der Ka'be. Und er sagte, ja Rasulullah, das ist unser Recht. Woraufhin Allah Ta'ala diese Ayah herabsandte, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Ka'be drin gewesen war. Allahu akbar. Das sind zwei Beispiele. Zwei Beispiele für Ayat, welche medinensisch sind, aber nach der Hijra. Das heißt, nach in Mekka offenbart wurden. In Mekka offenbart wurden. Dann haben wir das auch noch mal. Also es ist eindeutig was, es handelt sich hierbei eindeutig um was? Um eine medinensische Sura. Gut. Was ist das Hauptthema der Sura? Das Hauptthema der Sura ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir werden gleich auch auf den, einen Offenbarungsanlass eingehen. Und zwar, das Hauptthema der Sura ist Al-Wala-Wal-Bara' Das Hauptthema der Sura ist was? Al-Wala-Wal-Bara' Was heißt das? Al-Wala oder Al-Muala Muala-Tul-Kafirin bedeutet so viel wie, dass ich Loyalität habe gegenüber Nicht-Muslimen welche den Islam bekämpfen oder sie mir zu Schutzherren nehmen. Das ist was? Al-Wala. Und Al-Bara' bedeutet, dass ich mich lossage von ihnen. Und diese Sura, die gesamte Sura behandelt genau dieses Thema. Also in 13 Versen, diese Sura ist 13 Versen lang. Das sind alles etwas längere Versen. Das sind auch Merkmale einer madinensischen Sura. Behandelt dieses unglaublich wichtige Thema. Nämlich, wann ich als Muslim Schutzherren haben darf von Nicht-Muslimen und wann ich mich als Muslim von ihnen lossagen muss. Und wir werden inshallah ausführlich darauf eingehen, während wir über dieses Sura sprechen. Weil dieses Sura behandelt dieses Thema sehr, sehr genau und sehr detailliert. aber gleichzeitig auch sehr differenziert. Das heißt, wer dieses Thema Al-Wala oder Al-Bara' über das viel gesprochen wird unter den Muslimen richtig verstehen möchte, der muss sich eigentlich nur dieses Sura anschauen. Und dort wird er es verstehen. Weil dort wird es sehr differenziert und sehr detailliert auch beschrieben. Und dann wird es ganz klar aufgezeigt, zu wem darfst du loyal sein und enge Kontakte hegen unter den jenischen Muslimen und von wem musst du dich ganz klar und deutlich Absagen, Verlust sagen und gleichzeitig dich auch in Acht nehmen vor ihnen. Das werden wir in dieser Sura inshaAllah und wir werden sehen, dass der Islam Alhamdulillah eine Religion ist, welche hier weder den Weg der Mitte eingeht, weder in das eine Extremfeld, du darfst gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, die dem Islam nicht angehören, du musst dich von einem los sagen, alle musst du verfluchen, wie es leider auch einige Muslime behaupten. Es gibt einige Muslime, die sagen, du darfst keine Freunde unter den Nichtmuslimen. Komplett verbunden. Haram. Du musst jeden nicht Muslim hassen. Du musst dich von ihm los sagen mit deinem Herz. Ja, du musst im Grunde genommen schon, wenn du ihn siehst, ihn innerlich verfluchen. Und dementsprechend gibt es einige unserer Geschwister, ja, die merkst in ihren Blicken, dass sie Hass haben auf Menschen. Und diesen Hass, den übertragen sie sogar auf ihre eigenen Glaubensgeschwister, die nicht so denken, wie sie. Weil sie sagen, na, guck mal, das ist ein richtiger hier, der versucht, das von dem Kuffar, ja, recht zu machen, damit sie mit ihm zufrieden sind und sind dann genauso grimmig ihnen gegenüber, wie gegenüber den Kuffar in Beführung strichen. Und auf der anderen Seite hast du welche, die überhaupt keine Unterschiede machen zwischen Muslim und nicht Muslim. Alle sind gleich, wir müssen alle gleich behandeln, wir müssen zu allem freundlich sein, selbst wenn sie den Koran verbrennen, kein Problem, ja, wir müssen sie trotzdem lieben und wir müssen trotzdem versuchen, den Kontakt zu ihnen aufrecht zu erhalten. Ist das wirklich so? Der Islam, Alhamdulillah, er ist sehr differenziert und unterscheidet ganz klar zwischen den Menschen und zeigt uns auf, ganz klar, wie wir mit den unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft umzugehen haben. Dass wir hier ein sehr, sehr gesundes und ausgeglichenes ausgeglichenes Verhältnis zu unseren Mitmenschen haben, unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht Muslime sind. Beginnen wir insha'Allah mit der ersten Eie. Mit der ersten Eie, die eng gebunden ist an einen sogenannten Sebeb-Nusul, an einen Offenbarungsanlass. Und dieser Offenbarungsanlass ist sehr wichtig, weil wir aus ihm nämlich sehr viel lernen können, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Leuten umgegangen ist, die einen Fehler gemacht haben unter den Muslimen. Schauen wir uns mal diese erste Eie an, insha'Allah, das ist eine etwas längere Eie. Wir hören uns diese Eie erstmal komplett an und dann gehen wir insha'Allah erst einmal auf den Offenbarungsanlass ein und dann schauen wir uns diese Eie etwas genauer an. Once found, beginnt diese Eie before. O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn glaubt, nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abblühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist für wahr vom rechten Weg abgeirrt. Geirrt. Boah, eine Eie. Eine Eie. Eine Eie, in der Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen anspricht. Wer ist mit dieser Eie gemeint und warum hat Allah ta'ala diese Eie nachher gesagt? Wir sehen ja, die Eie ist sehr ausführlich, geht auf sehr viele einzelne Punkte ein. Und all diese Aspekte, meine geehrten Geschwister, haben etwas zu tun mit einem Ereignis kurz vor der Eroberung von Mekka. kurz vor der Eroberung von Mekka. Deswegen habe ich ja gesagt, diese Surah ist herabgesandt worden, teilweise nach Al-Hudaybiyah und kurz vor der Eroberung von Mekka. Wann war die Eroberung von Mekka gewesen? Fattich Mekka. Wann war das gewesen? Um welchem Jahr? Das sind so Ekkdaten, die ihr euch immer merken müsst. Ihr müsst alle wissen, wann ist Surah, wann ist die Rasuah von Badr gewesen? Wann ist Rasuah Al-Khandaq gewesen? Wann ist Sulh Al-Hudaybiyah gewesen? Wann ist Fattich Mekka gewesen? Das sind so alles Ekkdaten, die jeder Muslim kennen sollte. Ja, bitte. Im achten Jahr nach der Hijra. Sehr gut. Im achten Jahr nach der Hijra war was gewesen? War die Eroberung von Mekka. Weiß jemand von euch, in welchem Monat? Fügen wir auch noch hinzu. Der Monat, den sollten wir kennen in diesem Kontext. In welchem Monat war die Eroberung von Mekka? Und zwar im Monat Ramadan. Könnt ihr euch gut merken. Und an welchem Ramadan? Am 20. Ramadan. Immer wieder im Ramadan habt ihr dann auch immer die Imame, die erzählen immer etwas im Ramadan von der Eroberung von Mekka. Also im 20. Ramadan, im achten Jahr nach der Hijra unseres Propheten Sallallahu alayhi wa sallam war die Eroberung von Mekka gewesen. Toi. Vor der Eroberung von Mekka, bevor der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam losgezogen ist, mit 10.000 Sahabis kam es zu einem Ereignis. Und zwar es kam zu einem Verrat. Durch jemanden, von dem man das gar nicht erwarten würde. Und zwar durch einen edlen Sahabi. Dieser Sahabi war nicht irgendjemand gewesen, sondern dieser Sahabi war jemand gewesen, der zu dem Badriyun gehörte. Wer sind die Badriyun? Wenn ich von dem Badriyun spreche, von wem spreche ich da? Die Sahabi, die an der Schlacht von Badriyun waren. Das waren gerade 316, 317 Sahabi gewesen. Und er war einer dieser 316, 317 Sahabis gewesen. Die solche eine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder würde sich wünschen, einer von ihm zu sein. Aber es ist ihm ein gewaltiger Fehler unterlaufen. aufgrund von menschlicher Schwäche. Wie hieß der Sahabi? Weiß es jemand vielleicht, welcher Sahabi das war, von dem wir sprechen? Schreibt euch das auf in Schala, damit ihr das nicht vergesst. Und zwar der Sahabi Khatib ibn Abi Belt'a. Merkt euch das. Khatib ibn Abi Belt'a. Khatib ibn Abi Belt'a war ein aufrichtiger edler Gefährder gewesen. Er gehörte auch zu den Muhajirun. Nur das Problem war gewesen, er war nicht wirklich Khuraschid gewesen. Sondern er später nach Mekka dazugezogen. Und dementsprechend hatte er keine Familie in Mekka gehabt. Und er hatte die Befürchtung gehabt, wenn jetzt die Muslime nach Mekka ziehen, dann könnte es zu einem Kampf kommen. Es könnte zu einem Kampf kommen. Und wenn es zu einem Kampf kommen seine Familie betroffen sein, warum? Weil seine Familie hat niemanden, der sie beschützen könnte, keinen Stamm, der sie beschützen kann. Und er bekam Angst. Er hatte auch Vermögen in Mekka gehabt, er hatte Angst, dass eventuell dieses Vermögen dann, wie gesagt, komplett enthanden kommen könnte. Und dementsprechend machte er jetzt einen großen Fehler. Er schrieb einen Brief im Geheimen und schickte diesen Brief mit einer Frau mit, die nach Mekka ging, damit er seine Familie warnt. Was ist das? Wie nennt man so was? Hochverrat, das ist ein gewaltiger Hochverrat, das sind militärische Geheimnisse. Er will zu jemanden angreifen, oder dass er Bescheid weiß, und dann schickt jemand einen Spion dann eine Nachricht und die Leute sind vorbereitet, es hätte in einem Blutbad enden können, für die Muslime. Aber subhanallah, hier kommt was? Die Inayat Allah, der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar Allah ta'ala, er benachrichtigt unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass Ha'at ibn be'el ta'ala diesen Brief mit einer Frau mit geschickt hat. Was macht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er schickt jetzt Ali ibn al-bid 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 direkt mit al-subayl ibn awan dieser Frau hinterher. Und er sagt und halt diese Frau auf. Warum? Sie hat nämlich ein Schreiben, was sie dem Koraysh übermitteln soll. Und sie reiten ihr hinterher und halten sie auf. Die Frau beschwört sie. Ich habe wirklich nichts. Wie kommt ihr darauf? Nein, ich habe nichts. Lass mich gehen. Sag dir ganz klar, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du rückst jetzt mit dem Schreiben heraus oder wir werden dich komplett ausziehen. Knallhart. Das ist unsere Aufgabe. Die Frau merkt, das ist ernst. Sie machen keinen Spaß. Es geht hier um eine große Angelegenheit. Und was macht sie? Sie holt aus einem Zopf dieses Schreiben heraus. gibt es Ali Ibn 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 Ali kehrt Subayb Ibn 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 Amar Ibn 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 Zornig und sagt Allah Lass mich diesen Heuchler um einen Kopf kürzer machen. Diesen Verräter. Der Prophet sagt Er hat die Wahrheit gesagt. Und dann sagte er etwas sehr Wichtiges. Wisst ihr was er sagt? Kennt jemand die Aussage des Propheten? Es unglaublich wichtig diese Aussage. Er sagte O Amar was lässt dich wissen? Vielleicht hat Allah auf die Leute vom Badrin geschaut. Die Leute die an der Stadt vom Badrin teilgenommen haben und zu ihnen gesagt mach was ihr wollt ich habe euch vergeben. Und Allah hat vergeben. Aber diese Ayat herab gesangt um die Gläubigen zu warnen. Eine unglaublich wichtige Geschichte. Nur allein aus dieser Geschichte könnten wir einen ganzen Unterricht machen. Sogar mehrere Unterricht. Weil wir so viele Lehren daraus ziehen können. Erstens unser Prophet Er hat uns gezeigt man darf niemals vor schnell urteilen. Egal was ist du darfst niemals vor schnell urteilen. Wie oft passiert es dass wir als Geschwister in der Gemeinschaft oder auch unter Freunden etwas hören. Dann hören wir etwas über jemand anderen. Der hat das und jenes getan. Und dann bewahrheitet sich das sogar. Aber ich habe noch nicht mal gehört warum er das getan hat. Und man fängt an über ihn zu urteilen. Das ist ein Heuchler ist ein Betrüger oder das oder jenes getan. Du hast noch nicht mal gehört warum er das getan hat. Lass ihn doch erst mal zu dir kommen und erkläre und dann kannst du immer noch über ihn urteilen. Ich darf also niemals vorstellen über eine Person urteilen. Ich muss immer der Person die Möglichkeit geben sich recht zu fertigen. Und das ist etwas was heutzutage als Mensch um vor zu verurteilen. Da wird jemand angeklagt. Der ist noch nicht verurteilt oder irgendetwas. Es ist nur einfach eine Anklage. Das kann jedem passieren. Nachbar klagt dich an. Was würdest du machen? Und die Leute fangen schon an, sich den Mund fusselig zu rühren. Guck mal hier, hab ich es doch gewusst. Von vornherein kommt alles raus. Warte doch erst mal ab, ob etwas dahinter steckt oder nicht. Vielleicht ist er unschuldig. Es gibt ein Prinzip, der Angeklagte ist so lange unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird. Und der Koran warnt uns davor, dass wir über Menschen urteilen, ohne dass wir sicher sind, ob sie das wirklich getan haben. Was sagt Allah ? Es kommt die Bild-Zeitung, BZ, die Welt, ZDF oder weiß ich nicht was. Vergift es euch erst einmal. Nicht, dass ihr ein Volk zu Unrecht beschuldigt und ihr daraufhin aufgrund dessen, was ihr getan habt, an Worten geredet habt, vorverurteilt habt, dann das beräumt er uns. Ich muss aufpassen, der Prophet hat erst einmal gehört, warum hat jemand etwas getan. Dann Nummer zwei, was unglaublich wichtig ist. Wir haben heutzutage die Krankheit, dass sobald ein Mensch einen Fehler macht, wir alles zerstören, was er vorher am Guten getan hat. Mit anderem Worten, jemand hat sein Leben lang sich eingesetzt für die Gemeinschaft. Nur hat er einmal einen Fehler gemacht. Gleich fangen wir an zu sagen, na guck mal, er hat nichts gemacht. Wir wussten auch immer, dass er ein Betrüger ist. Allahu akbar. 10, 20 Jahre lang hat er immer etwas Gutes getan, sich immer eingesetzt für die Gemeinschaft. Und dann ist er einmal ausgerutscht, hat einmal einen Fehler gemacht. Lass uns doch immer in einen Kontext setzen. Lass uns doch versuchen, für unseren Bruder, für unsere Schwester eine Entschuldigung zu finden. Und nicht alles vergessen, was er vorher an Gutem getan hat. Alhamdulillah, dass die Menschen nicht über uns urteilen, sondern Allah hat über uns urteilt. Weil würden die Menschen über uns urteilen, hätten wir wirklich ein Problem. Weil die Menschen sind grausam in ihrem Urteil. Allah ist aber nicht nur gerecht, sondern er ist auch barmherzig. Er wiegt alles gegeneinander auf. Das Gute und das Schlechte. und nicht nur das Schlechte, einmal was Schlechtes und schon ist alles Gute plötzlich weg. Nein. Und hier müssen wir aufpassen, auch wenn es um Gelehrte geht. Oder wenn es um Prediger geht. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass manche Geschwistern, sobald ein Prediger einen Fehler macht, sie gleich sagen, von dem kann ich nichts mehr nehmen. Ja, Allah. Es gibt keinen Gelehrten in der Geschichte, der nicht in irgendeiner Weise mal eine Meinung hatte, die andere kritisiert haben. Was sagt Imam Malik? Imam Malik sagt, von jedem wird angenommen und akzeptiert und abgelehnt. Außer der Inhaber dieses Grabes. das wäre unser Prophet Prediger, Gelehrte, Imame sind auch wohl Menschen, oder? Können auch Fehler machen, können auch mal eine komische Meinung haben, kann auch mal vielleicht was Falsches machen. Heißt das deswegen alles, was er vorher getan hat, schlecht war, weil er einmal einen Fehler gemacht hat oder auch zweimal von mir aus oder dreimal? Nein. Aber das klärt uns etwas, dass wir grundsätzlich aufpassen müssen mit Personenkult. Unser Problem heutzutage ist, entweder jemand ist heilig, macht gar keine Fehler, oder jemand ist ein Schaitan und macht nichts Gutes. Dazwischen gibt es nichts, so Graustufen gibt es nicht. Kann es nicht sein, dass jemand im Großen und Ganzen gut ist, aber vielleicht ein paar Sachen gemacht hat oder ein paar Aussagen gemacht, die nicht so schlimm waren? Lass uns doch das Gute sehen und ihn entschuldigen für das Schlechte, was er getan hat. Such eine Entschuldigung für deinen Bruder, such eine Entschuldigung für deinen Schirr, such eine Entschuldigung für den Imam. Es kann immer eine Situation geben, wo man mal einen Fehler macht, dann such eine Entschuldigung für ihn, gerade dann, wenn du weißt, dass seine Historie eigentlich grundsätzlich positiv ist und dass durch ihm viel Positives in dieser Umme bewirkt wurde. Das ist wichtig und das sollte unsere Einstellung sein, gegenüber allen Menschen, aber auch gerade gegenüber unserem Vorbein der heutigen Zeit. Dann unser Prophet hat uns aufgezeigt, dass wir nicht vorstellen, urteilen dürfen über anderen. Das Wort Heuchler, der Prophet hat gesagt, nein, so einfach ist das nicht. Du kannst dich einfach über jemanden sagen, er ist ein Heuchler. Das geht nicht. Du weißt doch nicht, was in seinem Herzen ist. Dieses Urteil überlässt du Allah und unser Prophet hat das immer wieder getan. Immer wieder gab es Situationen, wo Leute gesagt haben, das ist ein Heuchler. Und der Prophet hat seine positiven Eigenschaften hervorgehoben. Und das sollten wir auch tun. Wenn ich sehe, dass jemand über einen anderen redet, schlecht redet, sagt er, er ist ein Heuchler, er ist ein weiß ich nicht was, sollte ich versuchen, die positiven Eigenschaften dieser Person hervorzuheben. Das ist was, worauf es ankommt. Also eine sehr, sehr wichtige Geschichte, welche wir hier haben, von Harthum Ibn 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 Lata. Lass uns jetzt einfach diesen ersten Vers anschauen und dann heute insha' Allah damit uns auch begnügen, wenn wir nächste Woche dann mit der gesamten Sula weitermachen können. Und zwar Allah er spricht jetzt hier die Gläubigen an. Und er sagt, oh die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutz, Sehr wichtig. Warum hemmt es Allah vor meine Feinde und eure Feinde? Weil ich als mir die Menschen zu Feind nehmen sollte, die Allah sich zum Feind genommen hat. Und die Menschen zum Freund nehmen Maßstab für Gut und Schlecht, für Freund und Feind ist immer wer? Ist der Koran. Das, was Allah bestgelegt hat. Das ist mein Maßstab. Und danach gehe ich nach diesem Maßstab. Er begleitet mich mein ganzes Leben in all meinen Beziehungen. In all meinen Beziehungen. Deswegen, was sagt unser Prophet Er sagt etwas sehr Wichtiges. Ein wichtiger Hadith, der wichtig ist für unseren Iman. Knoten des Iman ist welcher Knoten? Weiß es jemand, welcher Knoten ist das? Die Liebe in Allah und das Hassen in Allah. Ja, ich liebe in Allah. Ich liebe einen Menschen, der Allah nahe steht, der Gutes tut. Und ich verabscheue einen Menschen, der Schlechtes tut, der sich gegen die Geburt Allahs verändert. Automatisch. Das ist mein Maßstab. Und nach diesem sollte ich mein Leben lang gehen. Und das heißt, der stärkste Knoten des Iman. Was sagt unser Prophet Sallallahu Aleyhi Was ebenfalls? Er sagt, Wenn man drei Dinge verinnerlich hat, wird man die Süße des Glaubens verspüren. Was sind diese drei Dinge? Das sind genau diese Maßstäbe. Dass man Allah und sein Gesang mehr als verhast, in den Unglauben zurückzufangen, wie man es hassen würde, ins Feuer geworfen zu werden. Ganz klare Maßstäbe, welche aber meinen Iman festigen und sogar mich eine Süße spüren lassen durch meinen Iman. Und deswegen Allah sagt, mein Feind und euer Feind. So sollte die Einstellung des Mukmend sein. Und dann sagt er, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutz, Herren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt. Und dieses Wort ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Und die Gelehrten sagen, mit ist hier gemeint, ihr werft ihnen Zuneigung entgegen. Ihr macht das nicht absichtlich, weil Allah entschuldigt hier diesen ihr macht das, weil ihr mit ihnen verwandt seid, weil es eure Familie ist, weil ihr eine enge Beziehung habt und deswegen seid ihr schwach geworden. Und nur aus diesem Grund tut ihr das. Indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt. Ihr habt das nicht mehr absichtlich gemacht. Und trotzdem müsst ihr die Maßstäbe einhalten, die Allah festgesetzt hat. Wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist. Und den Gesandten und euch selbst vertreiben. auch vertrieben. Genauso wie der Prophet vertrieben wurde. Warum versucht ihr dann diese Zuneigung zu zeigen? Allah ta'ala ertadet und er ertadet jedem, der es ihm gleich macht. Wo wir nicht jetzt hier rennen? Und die Gedanken an euch selbst, weil ihr an Allah und euren Herrn glaubt. Das heißt, ihr wurdet nur vertrieben, weil ihr an Allah und an sozusagen euren Herrn glaubt. Und an den Propheten sallallahu alai wa sallam. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg und im Tracht nach meiner Zufriedenheit. Also nochmal, wenn du wirklich aufrichtig warst, dann zeigt diese Aufrichtigkeit, indem du diese Menschen nicht zu Schutzherren nimmst. Was heißt denn Schutzherren? Das Wort Schutzherren ist jetzt hier in diesem Kontext sehr, sehr wichtig. Das Wort Wali Das Wort Wali Auliyah Der Plural ist Auliyah. Was heißt dieses Wort? Wali hat zwei Bedeutungen. Einmal Schutzherr und Schutzbefordener. Schutzherr und Schutzbefordener. Also ein Wali kann ein Schutzherr sein, aber kann auch ein Schutzbefordener sein. Also kann die gegenseitliche Bedeutung haben. Und was ist damit gemeint mit Schutzherr und Schutzbefordener? Und zwar ein Mensch, zu dem du eine enge Beziehung hast, so dass du ihn beschützen würdest in einer schwierigen Situation und ihn verteidigen würdest. Und Allah sagt ganz klar hier, das ist die Beziehung, die zu den Feinden des Islams verboten ist. Du darfst sie nicht zu Schutzherren nehmen und eine enge Beziehung zu ihnen haben, sodass du sie bevorzugst gegenüber den eigenen gläubigen Brüdern. Nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid, um zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, also in euren Herzen, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Also macht das auch nicht im Geheimen, indem ihr Nachrichten schickt und sie zu warnen und ähnliches und wer von euch das tut, der ist für wahr vom rechten Weg abgehört. Ganz klar, das ist eine Sache, welche dich wegführt von dem richtigen Weg. Und worauf komme ich zum Ende inshaAllah wie können wir das auf unsere heutige Zeit beziehen? Inwiefern kann ich diese Ere auf meine heutige Zeit umsetzen? Und gibt es Leute, die auch heutzutage so etwas tun? Ja, gibt es. Und zwar Muslime, welche versuchen, Kontakte und enge Beziehungen zu Menschen und zu Parteien oder zu Gruppen aufzunehmen, welche eindeutig den Islam bekämpfen. Eindeutig den Islam bekämpfen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und davon haben wir sehr, sehr viele Beispiele heutzutage. Sehr viele Beispiele von Menschen, die von sich behaupten, Muslime zu sein. Sagen, wir sind Muslime. Aber gleichzeitig die ganze Zeit mit Leuten zusammen arbeiten, welche den Islam bekämpfen. Unter ihnen gibt es sogar Leute, die Moscheen haben oder behaupten, dass es Moscheen sind. Und die ganze Zeit nur mit Gruppen zusammen sind, welche tagtäglich gegen die Muslime in dieser Gesellschaft sitzen. Ob es die AfD ist oder ob es irgendwelche rechten Gruppen sind oder ob es irgendwelche Islam Kritiker sind und dann aber trotzdem behaupten, wir sind Muslime. Das ist die verbotene Muala. Das, unklar verboten hat. Und hier muss ich für mich als Muslim ganz klar Kenzen setzen. Nochmal wichtig, wir werden das nächste Woche sehen, inshaAllah das heißt nicht, dass ich keinen Kontakt haben darf zu ich Muslime. Wir werden noch sehen, dass Allah uns das ganz klar erlaubt und sogar von uns verlangt, dass wir ihnen gegenüber Güte zeigen sollen und gerecht sein müssen. Aber hier müssen wir eine ganz klare Linie ziehen und jeder Muslim bewahrt sein. Wer diese Linie überschreitet, der kommt vom richtigen Weg ab. Und ich werde inshaAllah weil die Zeit jetzt schon vorangeschritten ist, nächste Woche haben wir ein bisschen mehr Zeit inshaAllah werden wir dann nochmal auch darauf zu sprechen kommen was das für Konsequenzen hat für dich und dass am Ende dir diese Beziehungen nichts bringen werden ganz im Gegenteil es wird Feinde werden dich am Ende als Muslim behandeln selbst wenn du sie die ganze Zeit gut behandelt hast sie werden nicht am Ende als Muslim behandeln und werden keinen Unterschied machen zwischen dir und den anderen Muslimen den Islam praktizieren aber dazu nächste Woche mehr inshaAllah subhanahu Allah m 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 Anst. Nastefirk und ntobu ilyt. Bismillahirrahmanirrahim. Inna linsan lafi khosr. Inna lathina aamun wa amilu ssalihati. Wetawasab alhatu. Wetawasab al-sadhu.